Ja, ich möchte euch auch alle ganz herzlich begrüßen zum zweiten Gottesdienst hier im Saal, der fast voll ist, was wir jetzt an Kapazität aufnehmen können. Aber auch möchte ich alle begrüßen, die zu Hause an den Bildschirmen sitzen und auch den Gottesdienst verfolgen. Auch ihr seid ganz herzlich willkommen geheißen. Nochmal so als Erinnerung, wenn ihr im Gottesdienst dabei sein wollt, bitte meldet euch an. Vielleicht sollten wir auch noch einmal die Adresse später einblenden, also zum Ende einblenden mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Ja, oder sagt, wie es am besten ist, dort hinten. Aber auf jeden Fall, ja, bitte meldet euch an. Heute sind so einige dabei, die nicht angemeldet waren. Und noch hatten wir die Kapazitäten hier. Aber bei 90 ist Schluss. Dann kommt keiner mehr rein. Dann müssen wir dicht machen, weil wir das nicht dürfen. Für unseren Raum haben wir ausgerechnet, dürfen höchstens 90 Leute jetzt am Gottesdienst teilnehmen. Also deswegen auch bitte anmelden. Und wir haben auch noch einen Frühgottesdienst um 9 Uhr, der viel weniger besucht ist als der zweite Gottesdienst. Natürlich für die Langschläfer ist es angenehmer, später zu kommen. Aber es gibt auch Frühaufsteher, habe ich mir sagen lassen. Ich gehöre nicht dazu, aber ich bin trotzdem immer dabei, weil es auch meine Verantwortung hier zum Teil ist. Ja, also denkt noch einmal an die Anmeldung zum Gottesdienst, damit wir das Problematische machen können. Und es wäre echt sehr, sehr schade, wenn wir jemanden nach Hause schicken müssten. Und ja, ich freue mich sehr, dass so viele heute Morgen hier am Gottesdienst sind. Und wir werden weitermachen in dem Buch der Sprüche. Wir gehen ja als Gemeinde so einfach Vers für Vers durch die Bibel durch. Zum Teil haben wir auch mal mehrere Verse, aber zum Teil sind die Verse auch so stark gefüllt, dass man tatsächlich langsam nur vorangehen muss, damit man auch wirklich das mitnimmt, was hier in diesem Wort Gottes, ja, was hier drinnen steht. Und was ich auch festgestellt habe und auch ihr wahrscheinlich schon festgestellt habt und vielleicht feststellen werdet, wenn ihr die Predigt jetzt hört. Es gibt sehr viele Wiederholungen. Es ist nicht meine Schuld. Nicht ich habe die Bibel geschrieben. Ein anderer ist der Autor. Wenn euch das nicht gefällt, dann müsst ihr euch bei ihm beschweren. Aber es gibt viele Wiederholungen. Und ich fragte mich, warum gibt es diese Wiederholungen? Warum werden besonders unangenehme Themen so oft wiederholt? Und heute sprechen wir über ein Thema, das nicht sehr angenehm ist. Warum wird das so oft wiederholt? Naja, damit wir es uns merken. Ich weiß nicht, ob ihr jemals etwas auswendig lernen müsstet. Vielleicht in der grauen Vorzeit, in der Schule, aber es gibt ja ein paar Jüngere dabei. Mein Patenkind ist da, ich weiß es nicht, wie es heute in der Schule ist, ob man da was auswendig lernen muss. Aber man lernt es dadurch, dass man Sachen wiederholt. Immer wieder wiederholen, bis man es dann da drinnen hat. Bei mir ist da ein großes Sieb drinnen, da fällt so vieles durch. Und oft scheint es mir auch, dass Wiederholungen gar nicht so richtig helfen. Aber doch, Wiederholungen sind gut, damit wir uns Sachen merken können. Und Gott will, dass wir uns Sachen merken. Er möchte nicht, dass wir einfach nur so hören, da rein, da raus. Er möchte zu uns reden, sodass wir uns das auch merken. Ein anderer Grund ist, bestimmte Wahrheiten fallen uns erst dann auf, wenn sie öfter gesagt werden. Das erste Mal, das war ja bei Petrus so, hast du mich lieb? Oh ja, das zweite Mal hast du mich lieb, da hat er schon ein bisschen mehr nachgedacht. Beim dritten Mal, da hat er wirklich nachgedacht und dann gesagt, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wiederholungen sind, die helfen uns, über Sachen mehr nachzudenken. Es fällt uns dann auf einmal auf, okay, dieses Thema scheint Gott, wichtig zu sein. Vielleicht sollte ich darüber auch mir mal Gedanken machen. Ein anderer Grund, warum Wiederholungen wichtig sind, ist einfach die Tatsache, dass wir vergessen, vergesslich sind. Ich vergesse einfach Sachen. Deswegen, wenn es dann nochmal gesagt wird, dann ah ja. Und manchmal ist es so, dass wir eine Sache gehört haben. Und in der Vergangenheit war es für uns überhaupt kein Problem. Wir haben gesagt, ja, ja, okay. Aber heute ist es vielleicht so, dass diese Sache, die mir noch einmal gesagt wird, dass es auf einmal mich wirklich tangiert. Und ich sagen muss, okay, heute spricht das mich an. Heute ist das Wort für mich. So gibt es verschiedene Gründe, warum wir Wiederholungen haben. Und wie gesagt, es gibt Sachen, die für uns leicht sind. Und die vergessen wir auch nicht so schnell. Aber es gibt Sachen, die wir sehr schnell vergessen. Und wir kommen jetzt gerade zu einer Sache, die uns immer wieder wiederholt wird. Und zwar der Themenbereich Züchtigung, Zurechtweisung, Korrektur. Und ich sehe schon einige lächeln bei diesen Worten. Es sind heftige Worte, die hier geschrieben sind. Ich lese mal aus Sprüche 15. Wir sind jetzt in Vers 10. Und da heißt es, schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt. Wer Zurechtweisung hasst, muss sterben. Das ist heftig. Aber es ist das, was hier geschrieben steht. Ich, ja, Züchtigung, da verbindet man ja immer irgendwie Bestrafung und irgendwie, ja, schon eine härtere Herangehensweise. Ich möchte erst mal so über die leichtere Seite sprechen. Korrektur. Korrektur, da ist noch kein Stock in der Hand oder kein Gürtel. Korrektur. Ja, wie stehen wir zu diesem Thema? Wer von euch mag Korrektur? Handheben. Oh, es gibt einige. Wow. Wow. Oft ist es aber auch eine Sache, die wir mit dem Mund sagen, wir mögen es. Aber wenn es dazu kommt, wie verhalten wir uns dann? Ich war gestern mit dem Auto unterwegs und bei uns ist da so eine enge Straße. Also die Straße ist nicht so eng, aber auf beiden Seiten stehen geparkte Autos. Und das ist so ein langer Schlauch. Und wenn man da durchfahren will, da muss man schauen, kommt mir einer entgegen? Und dann fährt man in diesen Schlauch hinein und hoffentlich kann man dann auch durchkommen. Gestern war es nämlich so, dass jemand dann auch in den Schlauch von der anderen Seite reingefahren ist. Und es gibt nur ganz wenige Ausweichmöglichkeiten, wenn man erst da reingefahren ist. Und man kann nicht. Die Autos sind so nah beieinander, dass man gerade als ein Fahrzeug durchkommt. Und dann, ich war vor dem Mann da reingefahren und ich habe mir das Recht genommen, dann auch durchzufahren und nicht eher nochmal rückwärts zu fahren, um irgendwo auszuweichen. Und ich dachte, einem A6 musst du nicht ausweichen. Nicht immer hat das Stärkere die Vorfahrt. Und so musste er ein bisschen so rausfahren und ich bin dann durchgefahren und auf einmal hat er geschrien, bedanken tun Sie sich wohl nicht. Ich war in Gedanken. Letzte Woche ist mein Vater gestorben und meine Gedanken waren schon auch um die ganze Beerdigungssache. Ich war auch unterwegs dahin, um eine Besprechung zu haben. Aber das war eine Korrektur an mich. Ja, ich hätte mich bedanken sollen. Aber zunächst einmal habe ich mich geweigert. Habe gesagt, wieso? Ich bin doch im Recht. Ich war doch der Erste, der da gefahren ist. Er ist doch selber schuld, dass er in diesen Schlauch hineinfährt, wissend, er kann da keine Ausweismöglichkeit finden oder nur sehr schwer. Ich habe mich erst mal aufgeregt, als ich dann das von dem hörte. Eine Korrektur. Ich weiß es nicht. Solche Sachen, die merkt man dann, wenn sowas passiert und dann merkt man, ja, man ist doch nicht so korrekturwillig, wenn jemand mich korrigiert. Wie ist es bei den Schülern? Wie sehr mögt ihr, wenn der Lehrer da irgendwie anfängt, in euren Aufsätzen zu streichen? Ich weiß nicht, ob man es heute noch so macht. Bei mir war es damals so, dass der Lehrer so durchgestrichen hat und ein F daneben geschrieben hat. Und ja, es macht keinen Spaß, als Dümchen dazustehen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Schüler es überhaupt nicht mögen, wenn der Lehrer irgendwie Korrekturen an die verschiedenen Sachen, die man da abgegeben hat, macht. Aber Korrekturen sind wichtig. Stellt euch mal vor, dass da ein Kind, das in die Schule kommt, beim Mathe, bei 2 plus 2, 3 hinschreibt. Und der Lehrer würde das nicht korrigieren. Und keiner würde das korrigieren. Dann würde das Kind falsche Dinge sich selbst beibringen. Wir wissen, Kinder brauchen Korrektur. Das meinen die Kinder sehr oft nicht, dass sie das brauchen. Aber Korrektur ist gut. Korrektur ist nötig. Und zwar nicht nur bei Kindern. Nicht nur bei Schülern. Auch bei Erwachsenen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr etwas machen sollt für den Chef oder den Vorgesetzten und er dann sagt, das ist nicht das, was ich wollte. Oder ich wollte es anders haben. Mir ist es passiert. Ich bin kein guter Schreiberling und ich musste mal Artikel schreiben. Und dann wurde so einiges weggekürzt. Natürlich konnte man sagen, ich habe mir so viele Gedanken darüber gemacht. Ich habe mir so viel Zeit genommen, das zu schreiben. Und dann wird einfach so einiges weggekürzt, was in meinen Augen wichtig ist. Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Wie gehen wir damit um, dass uns jemand sagt, du musst rechtzeitig bei der Arbeit da sein, wenn man mal zu spät gekommen ist. Gut, die meisten haben Gleitzeit. Aber ab und zu kann es sein, dass jemand sagt, du kommst immer zu spät. Wie gehen wir damit um, als Arbeitnehmer? Das sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen müssen. Was passiert, wenn wir korrigiert werden? Wie gut können wir Korrektur aushalten? Und das Problem ist meistens unser Stolz. Wir sind in unserem Stolz angegriffen worden. Uns wurde etwas gesagt und wir möchten nicht, dass andere Leute in unser Leben hineinreden, die etwas sagen und das, ja, das gibt mir eine dicke Ader und ich ärgere mich darüber. Unser Stolz ist solch ein großes Hindernis, um gehorsam zu sein. Wir versuchen, uns da rauszureden. Wir versuchen, Entschuldigungen zu finden, Ausreden bereitzulegen, nur weil wir nicht möchten, dass wir kritisiert werden. Nur weil wir nicht möchten, dass wir korrigiert werden. Dass jemand etwas uns sagt. Und wenn jemand uns etwas sagt, dann ist derjenige, der uns etwas sagt, der höher gestellt ist. Auch wenn das nicht unbedingt sein muss, aber er sagt mir etwas. Und ich muss mir von ihm etwas sagen lassen. Das mögen wir nicht. Wenn wir den anderen etwas sagen können, das ist eine ganz andere Sache. Aber wenn man uns etwas sagt, dann verletzt das uns sehr oft, weil wir da in unserem Stolz getroffen werden. Aber uns muss etwas gesagt werden, wenn wir auf einem falschen Weg sind. Und hier heißt es halt in dem Vers 10, schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt. Es gibt anscheinend einen Pfad, der richtig ist. Aber es gibt auch Pfade, die falsch sind. Das ist dann so. Wenn ein Pfad, wenn ein Weg richtig ist, dann ist ein anderer Weg wahrscheinlich falsch. Gut, wir in unserer Zeit, wir sind so vernetzt, dass man dann immer wieder noch zurückkommen kann auf den richtigen Weg. Wir haben ja unsere Navis oder Smartphones, die als Navis benutzt werden. Und da stellen wir unser Ziel ein und da sagt uns den Weg, den wir fahren sollen. Und gerade wenn wir die Gegend nicht kennen, tun wir gut daran, uns zu halten. Wenn wir dann von diesem richtigen Weg abbiegen, werden wir irgendwann merken, dass wir nicht zu dem Ziel kommen. Also es gibt den richtigen Weg, es gibt einen falschen Weg, einen falschen Pfad. Und da sagt uns das Wort deutlich, dass schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt. Aber uns ist hier nicht gesagt, was ist denn dieser Pfad? Es wird uns hier nur gesagt, schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt. Welchen Pfad? Gut, die Bibel macht uns da ein paar Angaben zu Pfaden, zu Wegen, die richtig sind. Und ich habe mich da besonders auf Sprüche konzentriert und in Sprüche 2, Vers 8, da heißt es, indem er behütet die Pfade des Rechts und den Weg seiner Formen bewahrt. Die Pfade des Rechts und den Weg seiner Formen. Die rechten Pfade, die Pfade, die von Gottes Seite als die richtigen Pfade gesetzt sind. Die Pfade des Rechts. In Sprüche 2, Vers 13, ein bisschen weiter, da heißt es, von denen, die da verlassen, die gerade Pfade, um auf finsteren Wegen zu gehen, wer den geraden Pfad verlässt, der begibt sich in die Finsternis, heißt es hier in meinen Worten ausgedrückt. Die richtigen Pfade verlassen, heißt sich in die Finsternis zu begeben. Sprüche 2, Vers 20, da heißt es, darum geh auf dem Weg der Guten. Die Pfade der Gerechten beachte. Weg der Guten. Der gute Weg und der Weg, auf dem die Guten gehen, auf dem die Gottesfürchtigen gehen, auf dem Weg, der wirklich zum Ziel führt, der Weg, der uns hier aus dem Wort Gottes gezeigt ist. In Sprüche 4, Vers 11, da heißt es, im Weg der Weisheit unterweise ich dich, lasse dich gehen auf geraden Bahnen. Weg der Weisheit. Das ist der Weg, den Gott geoffenbart hat. Er ist Weisheit. Wir haben ein bisschen Wissen. Und das Wissen bläht sehr oft auf. Gott, der Heilige Geist, er ist die Weisheit. Und ja, diesen Weg der Weisheit zu gehen, das war das, was Salom für wichtig hielt, seinen Kindern weiterzugeben. Geht auf den Weg der Weisheit. Lasst euch weise machen. Nicht durch menschliche Weisheit. Nicht durch menschliche Gedanken, sondern durch Gottes Gedanken. Er hat die richtigen Gedanken für uns. Er hat den richtigen Weg für uns. Und dann Sprüche 10, Vers 29. Eine Zuflucht für den, der rechtschaffenen Weges ist, ist der Herr. Alle aber verderben für die, die Unrecht tun. Also der rechtschaffende Weg. Der Weg, der wirklich gerecht ist. Wo es nicht so dahin oder dahin geht, sondern der klare, gerade Weg. Gott führt uns einen klaren Weg. Natürlich sind die Wege Gottes auch auf Wege, wo wir nicht unbedingt den geraden Weg so sehen können. Aber es ist dieser Weg, der zur Ewigkeit, zu Gott hinführt. Diesen Weg sollen wir gehen. Der Weg, der uns in seinem Wort gegeben ist. Lasst uns diese Wege gehen. Und wer halt von diesen Wegen abkehrt, der befindet sich auf den falschen Wegen. Auf den Wegen, die böse sind. Zum Beispiel in Sprüche 2, Verse 12 bis 15. Um dich zu retten vom bösen Weg, vom Mann, der Verkehrtes nur redet. Von denen, die da verlassen die gerade Pfade, um auf finsteren Wegen zu gehen, die sich nur freuen am Bösen tun. Verlocken bei schlimmer Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind, die in die Irre gehen, auf ihren Bahnen. Eine klare Warnung, sich auf dem falschen Weg zu begeben, auf dem falschen Pfad zu begeben. Oder auch Sprüche 1, 15 bis 16. Mein Sohn, geh nicht mit ihnen auf den Weg. Halte deinen Fuß zurück von ihrem Pfad. Denn ihre Füße laufen zum Bösen und eilen, Blut zu vergießen. Das haben wir alles schon gehabt. Das sind die Wege, die in Gottes Augen nicht gut sind. In Sprüche 12, Vers 26, da heißt es, aber der Weg der Gottlosen führt sie in die Irre. Wollen wir den geraden Weg gehen oder wollen wir uns treiben lassen von der Masse auf dem Weg, der dunkel ist? In Sprüche 15, Vers 19, das ist ja in dem gleichen Kapitel, in dem wir jetzt schauen, aber einige Verse weiter. Der Weg des Faulen ist wie eine Dornenhecke. Auch ein kräftiges Wort. Ein falscher Weg. Schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt, heißt es hier. Es wird dem nicht gut gehen, der den richtigen Pfad verlässt. Das wird hier uns deutlich gemacht. Und man müsste meinen, normalerweise, wenn jemand auf dem falschen Weg ist, dann müsste er sich doch freuen, wenn jemand ihm sagt, ey, du bist auf dem falschen Weg, du musst dahin zurückkehren. Aber meistens ist das nicht der Fall. Meistens freuen sich die Menschen nicht, wenn jemand ihnen sagt, du musst in die andere Richtung gehen. Weil man meint, man weiß es besser. Man muss nicht von dem anderen belehrt werden. Ich weiß doch den Weg, den ich gehe. Oder eine andere Sache ist, wer längere Zeit im Dunkeln ist, der gewöhnt sich an die Dunkelheit. Und wenn dann auf einmal das Licht angemacht wird, dann gibt es einen Schock. Das geht mir regelmäßig auf der Arbeit. Wenn ich dann zur Arbeit komme und meine Rechner einschalte, bin ich glücklich und ich kann alles sehen. Und dann kommt meine Kollegin und sie macht sofort immer das Licht an. Und dann ist es mal, ach, ein Schock. Man gewöhnt sich an die Dunkelheit. Man kann sich an die Sünde gewöhnen. Und man denkt sich dann auf einmal gar nichts mehr dabei. Zunächst einmal ist man in der Finsternis und kriegt einen Schreck. Aber man gewöhnt sich an die Dunkelheit und meint, ja, das ist doch normal, so in der Dunkelheit zu sein. Da kann man ja gut munkeln in der Dunkelheit. Gott will uns ins Licht führen. Er möchte nicht, dass wir im Dunkeln sind. Und übrigens, auch das Dunkel wird Gott nicht daran hindern, dass er uns sieht. Ja, Leute denken, sie können sich verstecken. Leute denken, sie können etwas geheim machen. Sie können etwas so machen, dass Gott es nicht bemerkt. Wir werden noch dazu kommen, im nächsten Vers ist es noch deutlicher. Gott sieht hinein. Gott kennt unsere finstersten Pfade. Er weiß genau, was wir tun. er weiß genau, wo wir mit unseren Fingern sind, wenn wir im Computer arbeiten. Er weiß genau, was wir uns im Fernsehen anschauen. Er weiß genau, welche Gedanken durch unsere Köpfe schießen. Er weiß das alles. es heißt hier, dass der, das schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt. Schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt. Und dann geht es weiter. Wer Zurechtweisung hasst, muss sterben. Ich weiß es nicht, ob ihr euch mal so, dass die Mühe machen wollt. Man kann ja, ich weiß nicht, ob ihr Bibelserver kennt. Es gibt auch viele Bibelprogramme. Da kann man so Begriffe eingeben und dann kann man dann lesen, was die Bibel über diesen Begriff so sagt. Es gibt vieles zur Züchtigung in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament. Es gibt vieles zur Zurechtweisung in der Bibel. Die Bibel spricht da deutlich darüber. Zum Beispiel aus 2. Petrus 2, Vers 16, da heißt es aber, eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing, ein stummes Lasttier redet mit Menschenstimme und Werte der Torheit des Propheten. Das geht da um Biliam, der auch einen Weg eingeschlagen hatte, wo der König ihm geboten hatte, das Volk Israel zu verfluchen. Und der hat sich dann erbettelt, dass er dann doch gehen konnte und dann ist er auf diesem Lasttier unterwegs und auf diesem Esel oder Maultier, ich weiß nicht, was es war, aber auf einmal wird er gehindert. Er wusste, dass er auf dem falschen Weg ist und dann wird er gehindert und er merkt, hier ist jemand, der ihn zurecht weist. Gott sagte, du kannst das Volk Israel nur segnen. Du kannst es nicht verfluchen. Du darfst es nicht verfluchen. Du darfst nur das sagen, was ich sagen werde. Und er musste das tun. Natürlich war der König, der ihn gerufen hat, nicht sehr erfreut darüber, dass er das Volk Israel gesegnet hat, mehrmals. Aber Gott hat ihn zurechtgewiesen. Er muss zurechtgewiesen werden. Gott weist uns zurecht. Und er sagt uns deutlich, dass der Sünde sollt, der Tod ist. Das lesen wir in Römer Kapitel 6. Der Sünde sollt ist der Tod. Wer Zurechtweisung hasst, muss sterben. Wer nicht bereit ist, auf Gott zu hören, wer nicht bereit ist, den Weg zu gehen, den Gott für uns vorgesehen hat, der muss sterben. Das heißt hier, dass er nicht so, dass wenn jemand eine Zurechtweisung nicht hört, dass er sofort sterben wird. Aber in der letzten Konsequenz wird er sterben. Sünde ist am Anfang eine lustige Sache. Aber die Konsequenzen, die muss man dann auch tragen. Und ich dachte da an den verlorenen Sohn. Wir kennen dieses Gleichnis, das Gleichnis, das Jesus dort in Lukas 15 sagt. Da ist dieser eine Sohn, der das Erbe antritt. Und dieser Sohn, der hat keine Lust, zu Hause zu bleiben. Er nimmt sein Hab und Gut und zieht weg. Und wir lesen, dass er das Hab und Gut verpasst. Er hat viele Freunde. Wer Geld hat, hat viele Freunde. Wer gut ausgibt, hat immer Leute, die bereit sind zu sagen, ja, ich bin mit dir zusammen. und ich bin dabei. Und so hatte er ein gutes Leben. Er hatte Geld. Er hatte Freunde. Er hatte Leute, die mit ihm durch die Straßen gezogen sind. Solange er Geld hatte. Und dann war das Geld weg. Es war verbraucht und er landet bei den Schweinen. Das Leben in der Sünde hat Konsequenzen. Dieser Sohn, er landet bei den Schweinen und versucht, das zu essen, was die Schweine zu fressen bekommen. Und noch nicht mal das gibt man ihm. Er ist dort in seinem Hunger. Er ist dort auf einmal ganz alleine. Die Freunde waren weg. Wer mag denn mit einem Schweinehirten Freund sein? Ich meine, so ein Typ stinkt. Und so ein Typ, ja, hat nur dieses Gequicke der Schweine um sich herum. Da kann man ja nicht lange verbleiben. er hat keine Freunde mehr. Er ist allein gelassen. Und dann fängt er an zu denken und sagt, aber mein Vater, der hat viele Tagelöhner und denen geht es tausendmal besser als mir hier bei den Schweinen. Ich will mich zurück machen auf dem Weg. Sünde hat Konsequenzen. Es ist gut, wenn wir dann uns zurück machen auf dem Weg zum Vater. Es ist gut, wenn wir die Züchtigungen und die Zurechtweisungen annehmen und sagen, ja, ich habe falsch gehandelt und letztlich Busse tun. Das Evangelium heißt ja Busse tun. Umkehren ist nichts anderes als erkennen, ja, ich habe versagt. Ich habe missgebaut. Ich bin auf dem falschen Weg. Ich muss umkehren. Ich muss mich wegkehren von meinem Lebenswandel. Ich tue Busse. Ich möchte zurück zu Gott. Das ist die frohe Botschaft, die auch hier in diesem Vers nicht geschrieben, aber zu hören ist. Wer umkehrt von den falschen Wegen, wer bereit ist, auf die Züchtigung zu reagieren, die Zurechtweisung anzunehmen, er darf zurückkommen. Der Vater stand da mit ausgestreckten Armen, er läuft sogar dem Sohn entgegen, um ihn in die Arme zu schließen. Wenn du dich verehrt hast auf den Wegen, kehr um, komm zurück, nimm die Zurechtweisung an, nimm die Züchtigung an, die in deinem Leben vielleicht gewesen ist und wo du vielleicht dich jetzt gerade im Augenblick mies fühlst und denkst, warum muss das alles mir geschehen, was habe ich denn getan? Nimm die Züchtigung an, kehr zurück, kehr zurück zum Vater, er wird dich empfangen, er wird dich in die Arme schließen. Also schlimme Züchtigung für den, der den Pfad verlässt, wer Zurechtweisung hasst, muss sterben. Wenn du nicht die Züchtigung und Zurechtweisung annimmst, wird in der Endkonsequenz dein Tod sein. Das ist so hart, wie es hier geschrieben steht. Wenn wir nicht hören auf Gott, auf Gottes Wort, auf seine Zurechtweisung, werden wir in der Endkonsequenz im Strafgericht Gottes landen. Und das wünsche ich keinem von uns. Das wird nicht lustig sein. Da ist das Spaß, den wir in der Sünde hatten. Nichts gegenüber dem Verderben, das wir dort dann vielleicht erleben werden, wenn wir uns nicht zurecht weisen ließen. Ich mache jetzt einen weiteren Vers, ich weiß, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten, Vers 11, hier heißt es, Sheol und Abgrund liegen offen vor dem Herrn. Wie viel mehr die Herzen der Menschen Kinder. Hier werden uns auch ein paar Sachen angesprochen. Auf der einen Seite wird uns Sheol und Abgrund angesprochen. Was ist das eigentlich? Ja, eigentlich in dem Denken des Alten Testamentes ist es das Totenreich. Da, wo die Menschen auf das Gericht Gottes warten, im Totenreich. Es gibt da eine Beschreibung, die sehr interessant ist, und zwar sagt es Jesus in Lukas 16, Abschers 19. da heißt es, es war aber ein reicher Mann und er kleidete sich in Purpur und feine Leinwand und lebte alle Tage fröhlich und in Punk. Also hier ist eine Darstellung eines sehr wohlhabenden Menschen, der sich die besten Klamotten kaufen kann, der sich die besten Speisen leisten kann, der auch anscheinend viele Partys hat und sehr fröhlich lebt in Punk. Also er kann Geld ausgeben, so Bill Gates, der nicht weiß, wo er mit dem Geld bleiben soll. Da lebt einer in völigem Reichtum und dann Vers 20 ein armer aber mit Namen Lazarus lag an dessen Tor voller Geschwüre. Was für ein Kontrast. Hier ist jemand, der ist arm und nicht nur arm, er ist auch krank. Voller Geschwüre. Er liegt da und hat Schmerzen überall. Dann heißt es weiter und der begehrte sich mit den Abfällen vom Tisch des Reichen zu sättigen. Also was da vom Reichen nicht mehr gemocht wird, das war dann seine Speise. Das hat er bekommen zu essen. Damit konnte er sich irgendwie am Leben halten. Das heißt weiter aber auch die Hunde kamen und leckten seine Geschwüre. Er konnte sich keine Ärzte leisten, die ihn behandeln würden. Es waren Hunde, unreine Tiere, die diese Geschwüre leckten. Das waren die Ärzte für ihn. Und dann heißt es weiter im Vers 22, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abraham Schoß getragen wurde. Es starb aber auch der Reiche und wurde begraben. Vers 23, und als er im Hades und Hades ist das griechische Wort, das gegenwort, nicht das gegenwort, sondern das griechische Wort für Scheol und Abgrund. Und als er im Hades seine Augen aufschlug und in Qualen war, sieht er Abraham vom Weitem und Lazarus in seinem Schoß. Das ist das Totenreich. Da sind die Menschen, die in Abraham Schoß sind. Natürlich ist es nicht so, dass nur weil er arm war, er in Abraham Schoß gelandet ist. Es gibt Leute, die arm werden, weil sie sich selbst verschuldet haben. Es gibt Leute, die arm werden, weil sie in Sünde lebten und ihr Geld verpasst haben und nicht zurückgekehrt sind. Aber hier wird Lazarus dargestellt als der hier einfach so da liegt, keinen Trost hat, alleine ist und der Reiche, der hat halt alle Komfort und er merkt auf einmal, jetzt ist er im Totenreich. Er ist im Hades und es geht ihm nicht gut. Er leidet Qualen. Also das Totenreich ist beides. Getröstet werden in Abraham Schoß. Es sind aber auch Qualen, die Menschen dort erleben. Das ist das Totenreich. Es ist die Wartestelle bis zur Ankunft, bis zur Verstehung. Und hier heißt es, Scholl und Abgrut liegen offen vor dem Herrn. Mit anderen Worten, Gott kennt das Totenreich. Er kennt diejenigen, die gestorben sind. Er weiß und blickt dort hinein. Wenn Menschen hier verstorben sind, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Gott weiß es. Er ist allgegenwärtig, er ist allwissend, er sieht dort hinein. Und das Interessante ist, ich lese jetzt mal Psalm 139, zumindest einige Stellen davon. Dieser Psalm, der ist ja sehr schön, wo David einfach ins Bewusstsein sich ruft und sieht, wo und wie der Herr ist. Dass er ihn erforscht, dass er ihn kennt, durch und durch. Und in Vers 12, im Psalm 139, da heißt es, auch Finsternis würde vor dir nicht verfinstern und die Nacht würde leuchten wie der Tag. Die Finsternis wäre wie das Licht. Gott sieht in die Finsternis hinein. Er sieht in die Nacht hinein. Er kennt die Finsternis und es ist kein Problem dort zu sehen, was dort passiert. Vers 8 Stiege ich zum Himmel hinauf, so bist du da, bettete ich mich in dem Scheol, also im Totenreich, siehe, du bist da. Wir können Gott nicht entfliehen. Gott sieht auch da hinein. Es gibt Leute, die denken, dass ihr Leben so furchtbar ist, dass was sie erlebt haben so furchtbar ist oder das was sie gemacht haben so furchtbar ist, dass sie ihrem Leben ein Ende setzen möchten. Okay, aber du kommst von Gott nicht weg. Der Tod wird es nicht verhindern, dass Gott dich sieht und auch dort hinein schaut und auch dort über dir Gericht halten wird. Der Tod wird dich nicht vor Gott bewahren. Er schaut dort hinein. Er sieht alles und es ist vor ihm gar nichts verborgen. Jemand uns sehen kann. In Psalm 38 Vers 10 da heißt es Herr vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Herr vor dir ist all mein Begehren und mein Seufzen ist nicht vor dir verborgen. Gott weiß was bei uns im Herzen vorgeht. Er kennt unsere Wünsche unsere Sehnsüchte das was wir gerne tun möchten das weiß er. Er weiß wonach wir uns sehnen nach Gutem oder nach Bösem das weiß er weiß wie wir es meinen wir müssen ihm nicht erklären wie wir das meinen oft versuchen wir ja wenn wir etwas gesagt oder getan haben versuchen wir uns zu erklären wir müssen Gott gar nichts erklären weil er es schon weiß er sieht unser stöhnen unser seufzen und ja er weiß da wo Menschen Leid tragen er weiß und kennt da wo es Menschen schwer geht wo sie es schwer in ihrem Leben finden er kennt die Tränen die wir weinen Gott sieht das alles und ich will jetzt nochmal aus Jeremia 17 lesen und da heißt es im Vers 9 da heißt es trügerisch ist das Herz mehr mehr als alles und unheilbar ist es wer kann es sich mit ihm wer kennt sich mit ihm aus und dann kommt die Antwort ich der Herr bin es der das Herz erforscht und im Nieren prüft der Herr kennt unser Herz er kennt unser Innerstes er kennt unsere Schmerzen er weiß um unser Leben er weiß was wir denken und wie wir es denken lasst uns immer wieder zu ihm kommen er sieht hinein in unser Herz er weiß wie wir es meinen wir dürfen zu ihm kommen wir dürfen bei ihm ja Ruhe und Trost kriegen wir dürfen zu ihm fliehen wenn es uns schlecht geht und dazu möchte ich ermutigen dass wir so unser Leben gestalten dass er in unserem Herzen mehr Raum gewinnt dass er in unserem Herzen in unserem innersten Herzen heißt jetzt nicht dieser Muskel der irgendwo in der Brust tickt und solange er tickt leben wir sonst leben wir nicht mehr es ist aber nicht dieser Muskel gemeint es ist unser innerstes gemeint erkennt unsere Gedanken bevor wir sie denken erkennt alle unsere Erwägungen lasst uns zu ihm kommen lasst uns uns von ihm bearbeiten lassen zurechtweisen lassen lasst uns nicht flüchten davor dass er uns züchtigt dass uns einfach da stille halten weil alles was er tut das tut er deswegen damit wir seinem sohn ähnlicher werden das tut er damit wir so werden wie jesus lass uns doch offen sein für sein wirken lieber vater ich danke dir von ganzem herzen für dein wort danke dass du uns korrigierst dass du auch uns züchtigst und da wo es uns dann schmerzhaft ist her wir bitten dich dass wir erkennen warum du das machst und dass wir näher zu dir kommen dass wir uns von dir steuern und lenken lassen dass wir deine zurechtweisung annehmen dass wir nicht hart werden wie pharao hart geworden ist mitten in all den plagen die immer ereilt sind oh her mache du uns offen für dich wirke du in unserem herzen schenke doch dass wir unsere herzen dir vollkommen öffnen und uns dir zur Verfügung stellen so segne du uns ja in dieser Woche segne uns beim Nachdenken über dein Wort und danke dass du gute Absichten in deinem Wort hast und danke dass du letztlich uns dahin führen willst dass wir ja uns bei dir erfreuen können und werden so segne du uns jetzt Amen